so und da bin ich auch wieder mit einem neuen Tecum Brawl für euch am Start und wir schauen direkt rein was es diese woche gibt und zwar man diese woche hier randomize das heißt ihr könnt eine klasse auswählen bekommt ein deck wo ihr nicht wisst welche karten wirklich drin sind und das ist halt komplett randomized oder randomonium und ja auch die mana kosten sind halt von den karten immer wieder unterschiedlich und wir schauen einfach mal rein und ich denke ich nehme einfach mal den hunter weil ihr vorhin gerade schon mal ein erstes game auf dem amerikanischen server gespielt wo das ja schon offen ist das seven board auch offen ist auf asien ist ja noch nicht offen aber ja und was halt relativ nice ist ist halt als hunter in call of the wild direkt auf die stadt anzukriegen und das sollte nach möglichkeit auch drin 1 1 mana kosten dann habt ihr quasi gewonnen und ja normalerweise würde man sagen okay wir kämpfen ja den steam readle sniper weil der kostet nur 2 mana ist allerdings ähm ja eher nicht so in dem fall in dem fall würden wir eher die beiden keepen und ihnen weghauen ähm wobei ich jetzt auch nicht unbedingt der groß fan vom elite tauren chief taen bin aber wir können ihn einfach mal keepen er ist randomonium deswegen und man sieht ihn auch echt selten und ja den azur drake den keep ich auf jeden fall gibt mir ein cardroar zusätzlich beim ausspielen roll of spy das ist auch okay ja wir sehen jetzt hier die mana kosten haben sich geändert und ja wir hätten jetzt hier kill command für einspielen können macht allerdings keinen allzu großen sinn ich hoffe mal wir haben jetzt auf turn 2 irgendeine zweierkarte er hat die coin hat natürlich vier handkarten und hat natürlich auch direkt das wiest was er ausspielen kann für zwei mana und ich habe ja relativ gar nichts ich werde jetzt einfach hier den 1 erlegen der ist jetzt zwar gegenüber dem neuen siebener eher unterlegen ja was mich halt nächstes turn vielleicht noch mal retten könnte wäre hier im roll of spy das 1 und kill command für eins oder so wobei selbst das würde mich nicht retten haben wir auch nicht ähm ja sie das initiate und your other beasts have plus 1 wall of spiders ist alles nicht so das wahre können halt entweder auf cardroar gehen oder halt die tauren schieftain gibt halt beiden spielern noch nicht so selbst starte ich denke ich werde jetzt den elite forum schieftain einfach auf 6x bringen aber halt game ist die logisch relativ schnell vorbei jetzt wollen wir nämlich halt nur irgendwie ein shadow world death haben schwingt meister oder was auch immer aber selbst das gibt mir noch mal hier die chance aber ok es ist halt relativ schnell vorbei so was haben wir für möglichkeiten wir können sagen wir haben einen warrior krass ist das auch ever es sieht gerade nicht so aus starten wir gleich einfach nochmal eine neue runde und ich denke ich werde auch einfach mal eine andere klasse nehmen wo ich noch ein bisschen xp brauche ja das gibt jetzt natürlich hier 7 damage nochmal ins face ja wir ziehen nochmal eine klasse schauen vielleicht kommt hier noch irgendwas weltbewegendes ähm ja wir haben hier einen schuss gesogen hilft uns aber auch nicht wirklich also können wir zwei moven ah wir sind fast zu tot ja wir schauen einfach noch was er jetzt spielt ja wir schauen einfach noch was er jetzt spielt ja ja shadow form hat er noch ja 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 naja ja das war jetzt aber ein schönes game ja der hat halt ein übermächtigen start mit biest auf der hand auf turn 1 oder turn 2 ich weiß es nicht ja doch coin turn 1 ja da war nichts zu wollen ähm wir machen ein game wir gucken mal erstmal wir gucken mal ich denke mal priest oder rope werde ich hier nehmen ich nehme hier einfach mal den priest schau mal was geht mit dem priest spielt man ja sonst nie auch für ladder oder sonst irgendwo dann kriegt er zumindest mal ein paar xp so und wir spielen jetzt hier mit dem priest gegen einen anderen priest ja und die beiden karten hier erstmal weg wir haben leider wieder kein coin auf der starthand wir bekommen noch ein mastdispel und ein stormwind knight dazu mal schauen ob er noch irgendwas sinnvolles irgendwie gleich ziehen ich sag mal okay mastdispel auf ein leeres board würde mich überhaupt nichts bringen und ein couple shadow priest auf ein leeres board ist auch nur halb so wertvoll aber okay wir können in stormwind knight immerhin auf turn einspielen das ist schon mal okay wie wollte ich das hier drücken ja aber ich hatte auch direkt wieder was hier am start und ja wir können halt hier jetzt den mastdispel ausspielen das leben wird dann auf 2 gesetzt wir haben einen 2er diener die lightbomb bringt uns hier gerade leider nicht allzu viel ich meine ich könnte auch lightbomben aber halt läuft im endeffekt auch selber hinaus aber so sehe ich zumindest erstmal noch eine zusätzliche karte und wir kriegen hier noch einen hooded acolyte whenever a character is healed geführt geführt zum plus 1 plus 1 da spielt ein darsteller alchemist auf ein leeres board ist jetzt auch nicht unbedingt das powerplay hier bringt die lightbomb uns nicht allzu viel wir legen jetzt einmal den hooded acolyte daneben oder dagegen und schauen was unser gegner macht könnte natürlich in shadow world pain kommen nochmal pech haben oder füfte trade ist ok und leben schön ist wenn ich glück habe ja und hat er jetzt was oder nicht mal schauen shrink meister ok ein damage ja und das ist jetzt mal schön weil ich kann ihn heilen für 2 kann dann lightbomben was sein board komplett wegraut vom board und ja ist halt die frage legt man den burmester agent jetzt oder nicht aber ich denke mal ich leg den einfach aber ich möchte hier auf jeden fall irgendwas machen um ein bisschen was aufzubauen weil der 3 1 ist jetzt nicht allzu übermächtig da reicht schon eine holy nof oder irgendwas aus auch hier dieser shadowboxer könnte halt auch schon krass sein ja der ging aufs face also ok damit kann man nämlich den 2 3 immer noch wegtraden jetzt ist die frage was er jetzt noch für ein mana spielt auch mit ihm können wir gut zurecht kommen zumal wir können jetzt einen healbot rüberziehen oder ich glaube der netpeggl ist sogar noch fast besser ja wir ziehen den netpeggl rüber eindeutig let me change your mind dann legen wir ihn noch dann krieg ich schon mal garantiert kein card draw vom netpeggl und schon sieht das ganze hier wieder etwas schöner aus für mich wobei ich auch nicht mehr allzu viele karten habe ganz klare sache oh hier der charger ist genial so dann gehen wir noch hin dann gehen wir noch hin dann gehen wir noch weg und jetzt können wir druck aufbauen ich denke mal gegen das board da muss man sich erstmal was einfallen lassen ich könnte noch den drifting trade auf 4 und 6 hochpushen um halt die gegnerische lightbomb quasi zu countern aber halte ich eigentlich gar nicht für notwendig um ex zu sein ok jetzt brauche ich dann den hero in meinem gewisser schad so und jetzt brauche ich am besten einen entpeggl ach und zweiter netpeggl das wäre genial wow es gibt sogar 2 direkt von fächer paltris darf man auf jeden fall auf 5,8 ich meine ich könnte auch versuchen halt ne weitere legendary raus zu holen aber es ist einfach so ungewiss was da raus kommt und es ist halt ein inspire ja das heißt sonst würde ich die hero power nutzen könnte ich ja aber hm schauen wir mal so und er kann sie nämlich nicht sterne und er ist halt einfach optimal light of the naro das heißt wir können sie ausspielen dann können wir hingehen und den Diener erstmal heilen ok das ist natürlich jetzt nicht ganz so cool ähm wie viel habe ich denn hier ich habe halt auch nicht genug um so und er hat jetzt noch 6 leben also eigentlich fühle ich mich jetzt gerade relativ safe mit dem board sieht auf jeden fall übermächtig aus ich denke mal das recht trotzdem dann kommt ein dritter weg die grand tournament you win or you die grand tournament you win or you die unsere Reinking war instant weg und wir sehen sogar noch direkt nach los hier ist halt ein bisschen krass wir können ihn halt wieder erneut aufs Board legen Moga Destroyer Moga Kill ihn auch legen Tja jetzt die Frage Excavated Evil will ich hier eigentlich nicht legen um er wegzuladen Ich werde kurz überlegen ob ich noch den Cycle of Feeling spiele um sie auf 5-2 zu pushen aber grundsätzlich habe ich halt eh mehr Minions hier und aated mal das was er nicht hitten wollte wie mit der Minion tut es ohne Sand ok das war nämlich nicht geplant vom Gegner ok er conceded ja interessantes Game auf jeden Fall ich sag mal er hatte auch ein paar relativ gut Karten aber ich sag mal Confected Patriots war halt relativ cool um die halt auf 5-8 zu waffen habe ich mir schon fast gedacht dass er da nichts gegen machen kann als eine hätte natürlich ein Shadow World Death gehabt dann hätte es natürlich nicht geklappt wir öffnen aber noch eben das Pack und schauen was wir hier bekommen na leider keine legendäre dabei auch keine epische nur eine Rare wir haben hier den Open Ring Fass hier und wir haben auch den Redemption außerdem einen zweiten Open Ring Fass hier ein Unleasheder Hounds und die Rare Karte ist eine Emperor Cobra leider alles Karten die ich schon besitze und ja werden natürlich gedastet werden wieder ein wenig Staub mehr so 705 Dust das reicht noch nicht wirklich für irgendwas besonderes und ja damit sind wir auch für diese Woche wieder durch mit der Game on Board ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß gerne freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben oder halt ein Abo sofern ihr noch nicht abonniert habt und ja wir sehen uns in einem der nächsten Videos bis dahin habt eine schöne Woche genießt das Wetter ich hoffe es wird weiterhin noch mal ein bisschen warm werden und so weiter ja bis dahin auf Wiedersehen euer Mark